Ah, was ein Sauwetter hier. An der Surah mal wieder. Sauwetter. An der Surah. Und was haben wir hier im Café? Muscheln. Karauschen. Zopen. Marmorkarpfen, aller. Marmorkarpfen? Da war doch was. Also, Marmorkarpfen, da war was. Tatsächlich. Marmorkarpfen soll gerade mal wieder laufen. Zumindest, wenn man so mal in die wöchentlichen Rekorde reinschaut. Und ja, dann gucken wir doch einfach mal, was da funktioniert. Und wenn man sich das so anschaut, wie und wo da was funktioniert. Ich sag mal, der klassische Spot an der Surah für Marmorkarpfen ist halt hier unten, ich renne da mal eben hin, hier an dem kleinen Tümpel vorbei, grob in Richtung Zeltplatz. Und dann machen wir mal eben einen Cut und dann sind wir hier auch schon am Zeltplatz und dann rennen wir hier ein bisschen dran vorbei und sind hier an der Stelle. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben einmal die Möglichkeit, uns hier hinzustellen und hier vorne hin zu ballern und dann gegen die Strömung sozusagen. Oder wir stellen uns einfach hier hin und gehen so seitlich mit der Strömung. Ich bevorzuge eigentlich immer gerne diese Stelle hier und ja, wenn man dann sagt, so rund 20, 30 Meter, auf jeden Fall hier in diesem Bereich, guck gerade nochmal. Man könnte natürlich, oder einfach mitten rein. Ich teste vielleicht doch mal von hier und lege eine Rute hier hin, direkt an das Grün. Eine ballern wir hier so hin und eine ballern wir einfach mal hier, nämlich so in diese Rinne mit rein. Dann gehen wir doch hier hin. Ich baue mal eben die Ruten zusammen. Ah, so, zusammengebaut. Leck, oh funny, Alter. Was das Karpfenangeln doch immer wieder aufwendig ist, das alles zusammenzubauen und die richtigen Sachen und mischen und was nicht alles. Krass, 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 krass. Ähm, machen wir mal hier noch 35. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen klippen und auswerfen und was nicht alles. Und dann haben wir es aber auch endlich geschafft. Ähm, und dann ballern wir jetzt noch einen hier hin. Und dann sind alle drei Ruten im Wasser. Und dann schauen wir natürlich nochmal im Detail rein, was wir denn hier jetzt so haben. Ähm, beziehungsweise, so, hier ballern wir auch nochmal. 1936, 1937 Meter. Ich gucke mir das gleich nochmal genau an. Auch nochmal auf der Map. Das ist schon fast zu weit hier. Das ist zu weit. So. Aber, wir haben jetzt hier verschiedene, ich habe jetzt hier 25 Meter auf dieser Route. Mit 25 Metern landen wir jetzt hier kurz davor. Da bin ich sehr gespannt. Von den Bleien habe ich jeweils Bleie verwendet, die sehr flach sind. Eher solche Grundbleie, die auch bei stark strömenden Gewässern flach auf dem Grund liegen und nicht so leicht weggetragen werden. Ähm, jetzt gucken wir mal hier. Bin ich bei 35 Meter und hier bei 37, ganz rechts. Ich schaue aber nochmal eben kurz auf die Map. Ähm, wir sind jetzt hier an dieser Stelle quasi, ja, wird ein bisschen komisch angezeigt, aber so ungefähr hier in der Ecke. In der Ecke von einer kleinen Kurve. Ich zoome da mal eben ran. So, wenn wir jetzt von hier aus gerade werfen, dann sind das hier sogar nur 26 Meter. Das heißt, das werfe ich gleich nochmal aus. Dann haben wir von hier aus dahin. Da bin ich mit 35 Metern ganz gut unterwegs. Also, hier gerade auswerfen mit 35 Metern. Da landet man gut hier drin. Hier hin sind es eher 26 Meter. Und auch hier hatte ich ja 25 Meter, 26 Meter. Also, auch hier machen wir mal die 25 Meter. Und dann schauen wir mal und dann suchen wir mal, wo denn die Marmorkarpfen sein können. Denn wo die genau sind, keine Ahnung. Man sieht halt gerade nur, dass an der Surer die Marmorkarpfen da reinrasseln. Und, ähm, wie und wo, das sehen wir jetzt gleich. Und ob überhaupt, und vielleicht habe ich es auch komplett verkehrt gemacht, das wäre das Allerschlimmste. Dann stehe ich hier wieder stundenlang, Alden, probiere und labere, nur die ganze Zeit Blödsinn. Und man fängt einfach hier nichts. Und, äh, der Lachs, der lübt auch überhaupt nicht. So, jetzt für euch Karpfenangler, Alter. Jetzt werde ich, jetzt werde ich zerrissen von den Karp-Pros. Und ich hoffe, und ich bin sehr gespannt, was da wieder an Infos bei rumkommt. Alden, was machst du? Also, zusammengebaut. Erste Route. Wir sind hier, fangen wir mit den Ködern an. Wir sind hier unterwegs mit Thunfisch-Pellet und Krabbe-Thunfisch-Solubel. Auflösende Krabben-Boilies fürs Aroma. Thunfisch reingeballert, damit wir hier alles so ein bisschen auf Thun haben. Und dann hier noch eine Fudermische als, äh, ja, Fieder, beziehungsweise als, ähm, PVA, ähm, verwendet, um hier, äh, das Ganze einfach nochmal on-spot anzufüttern. Dann genau an der Stelle, wo auch der Köder liegt. So, jetzt zusammengestellt, habe ich mir einfach gedacht, alles klar, guck mal eben, nimmst du die Köder, die wir hier haben. Und diese Köder, die tun wir dann auch direkt ins PVA rein, damit das alles schön zusammenpasst und alles ein schön stimmiges Ergebnis ist. Ähm, ich denke, das wird funktionieren. Werden wir sehen. Bin ich gespannt. Haken habe ich extra recht groß gewählt. Trophy ist gerade im Café. Wieso nicht einfach mal Marmorkarpfen als Trophy mal eben fangen? Mal? Könnte man noch? Marmorkarpfen. Den Marmorkarpfen mal eben als Trophy fangen? Könnte man noch mal machen? Ähm, 31 Kilo Vorfach. Hier ist das dicke, fette Blei, was halt so ein bisschen flach auf dem Grund liegt und sich dort gut verankern kann. Ähm, ja, Schnur, Vorfach, Cha-Cha-Cha, so wie immer, schön auf Karpfen, auf der Fieder, Fortuna Carp. Was ist, wenn man das noch nicht kann, das alles, ähm, auch ausprobieren, wenn man zum Beispiel nur eine, ähm, Fortuna Fieder hat oder sowas, 19 Kilo Tragfähigkeit. Vielleicht einen etwas kleineren Haken, einen Einserhaken oder sowas verwenden, nicht einen Eins-Nuller. Und, ähm, ähnliche Küder. Es ist die einfache, klassische Haarmontage, die man ja schon sehr schnell erlernen kann. Und dann raus damit. Raus mit den Küdern und gib ihm. Ja, so ist jetzt der Stand der Dinge. Zusammengebaut sind alle gleich. Und jetzt ist halt die große Frage, lüppt der Marmorkarpfen oder lüppt er nicht? Oder stelle ich mich gleich doch noch irgendwie woanders hin und probiere das ein bisschen aus? Wir werden sehen. Ich teste jetzt erstmal ein bisschen. Und sollte das gleich hier abgehen wie Luzi, dann bin ich natürlich gleich wieder da. Zack, tatsächlich. Zack und tatsächlich die erste, der erste Fisch hier umgestellt an einer anderen Ecke. Hm, okay. Der erste kleine Marmorkarpfen hier auf, äh, was hatte ich jetzt hier gemacht? 20 Meter. Ne, 15 Meter. Ganz knapp. Halt, bisschen weiter vielleicht. 15 Meter. Zack, wir wollen ja hier die Futter mische auch mal an der gleichen Stelle. Also, ich probiere jetzt vielleicht doch eher hier an der Stelle. Holen wir alles ein und bauen nochmal ein wenig um. Alter, 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 alter. Da guckt man mal eine Sekunde nicht hin. Und da rasselt es schon. Und ich denke mir gerade schon so, ach, ob das jetzt der eine gewesen ist. Ob das der eine jetzt war. Und da rast es los hier auf einmal. Affen, geil, ey. Zack, 9 Kilo Marmorkarpfen. Schön. Schön, schön, schön. Kann weitergehen. Und es, oh, und es bimmelt weiter. Und es bimmelt weiter. Jawollski, auf beiden Routen jetzt. Ach, das ist aber nett. Das ist aber mal nett. Und das ist das Allergeilste, wenn das passiert, aller. Pff. Hahaha. So geil, so geil. So geil, Alter. Das ist das Geilste beim Karpfenangeln. Das ist das Allergeilste beim Karpfenangeln. Zuppel, zuppel, zuppel. Pff. Zzzzzzzz. Mega geil, ey. Ach, ist das schön. Och, guck mal, das ist doch nicht mal einer. Das ist ein oller Schuppi, ey. Egal. 10 Kilo Schuppenkarpfen. Nehme ich mit. Ach, das sind ja Dinge, ey. Die habe ich auch ewig nicht mehr hier gefangen. Schuppenkarpfen habe ich zuletzt gefangen. Boah. Ewig her, aber in den Tümpel hier oben. Genau, auf der Seite hier ist alles so grün. Mit Kartoffeln noch und sowas. Das ist ja geil, ey. Hier hat es aber auch gerade noch gebimmelt auf A1. Gucken wir mal, was hier noch geht. Und da geht es weiter. Und da geht es weiter. Und ist bimmelt. Vielleicht geht da erstmal eine Karausche dran. Oder irgendwie sowas, ey. Wart. Wart ab. Ne. 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 So zieht keine Karausche. Ach, ist das schön, ey. Ach, ist das schön. Übrigens ziemlich, ziemlich tricky, ne. Also wenn ihr hier mit einem wirklich sehr leichten Setup seid, aufpassen. Ihr müsst echt gucken, dass ihr hier die Fische ordentlich drillt. Zum einen habt ihr hier eine ziemlich starke Strömung. Das heißt, am besten, wenn ihr was Dickes habt, zusehen, dass ihr sofort da runter rennt. Und den Fisch hier so in die Richtung jagt, nach da oben hin. Und im Idealfall gucken. Ne. Ich gebe es mal eben hier rum. Warum, dass der nicht da vorne, hier um die Ecke rum schwimmt und dann auf einmal hinter dieser Insel ist. Dann ist so richtig Arschkater angesagt. Das will man mal ungefähr gar nicht. Wie gesagt, am besten rumrennen. Man kann auch bis hier so ganz gut. Dann erstmal mit der Strömung schön ziehen. Dann hat man schon mal ein bisschen den Vorteil. Und natürlich gucken, dass man ihn schön gegen diese Insel hier immer gegen drillt. Ähnlich wie am Belaya. Immer schön in Richtung, in die Richtung ziehen, wo er nicht hin soll. So. Und dann kommt er irgendwann an. Ich drehe jetzt hier mal langsam ein bisschen hoch. So. Boah, das ist aber nett. Der hat ja schon ein bisschen was. Der hat schon ein bisschen Power. Wenn er so schön mit der oder gegen die Strömung hier schon kämpft. Der hat schon ein bisschen Power, ey. Ich könnte noch ein bisschen höher ziehen. Jetzt hat er sich gerade gedreht. Der ist gerade schön einfach in Richtung oder entgegen der Strömung geschwommen, nach oben geschwommen. Jetzt hat er sich gerade gedreht. Das war dieser große Ruckler. Und jetzt will er nach da links. Das heißt, er guckt jetzt quasi nach rechts in Richtung Insel, aber eher. Und zieht jetzt so mit dem Kopf so. Haut er ab. So. Er hat sich wieder rumgedreht. Es ist immer deutlich leichter, den Fisch in die Richtung zu ziehen, in die er auch guckt. Da hat er dann am wenigsten Kraft, dagegen zu wirken. Weil es ja quasi seine Schwimmrichtung ist. Und wenn man dann in diese Richtung einkurbelt. Ja, dann geht das halt einfach, ne? Dann kurbelt man ihn halt rein. Ich ziehe noch mal ein bisschen höher. Das Setup bietet das. Ich kann da noch ein bisschen mehr Power reindrücken. Ich gehe noch mal ein bisschen höher. Jetzt sind wir hier schon im harten Bereich. Au, hau, 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 hau. Ich gehe mal ein bisschen hier nach oben. Auch immer sehr praktisch und sehr unschön für den Fisch. Wenn er hier nach oben gezogen wird, sozusagen. Weil er da auch schlechter was gegen ausrichten kann. Ganz krasse Schwankung hier drin. Ganz, ganz, ganz krasse Schwankung gerade. In der Actionbar hier. Ganz heftig. Also wirklich hier so von entspannt bis im roten Bereich. Ganz, ganz, ganz wild gerade, ey. Schön, schön, schön. So muss das sein, ey. Ja, die Frequenz bisher war okay. Es ist eben auch ein Fisch. Das ist ja jetzt hier, ne? Das ist ja kein... Kein Barschangeln. Es ist halt schon irgendwie auf dicke Brocken. Also wie gesagt, es ist karpfenähnlich. Ich sag mal, alle Karpfenangler werden das wohl kennen von der Frequenz. Siehst du, da bin ich schon wieder los. Also ja, Frequenz ist da. Es ist okay. Für solche dicken Brocken ist das schon okay. Die Frage ist halt echt jetzt, wie viele von diesen Kandidaten werden hier ankommen? Diese Kandidaten, die dann doch ein bisschen mehr Speck aufgerippen haben. Das ist dann wirklich das Entscheidende. Wie viel kriegt man davon raus? Und da kommt er an. Und da kommt er an. Bisschen noch ziehen. Krass, wie gut der kämpft. Wie gut der kämpft, ey. Alter, jetzt guckt euch das an. Auf dem letzten Meter, Alter. Der hat einfach keinen Bock. Und Angst vor dem Kescher. Bäm, Alter. Und das mit 18 Kilo. Stell dir mal vor, der ist doppelt so schwer. 36 Kilo. 36 Kilo dicker, fetter Marmorkarpfen, Alter. Leck mich fett. Oh mein Gott, vielleicht ist er da schon dran. Ne, zieht nicht so doll ab. Krasser Scheiß, Alter. Sehr, sehr krasser Scheiß. Also, nochmal eben schnell zu den Facts. Was haben wir hier? Wir haben hier sehr fischigen Köder. Wir sind hier an der Surah. Jetzt hier gerade auf 30,71. 15 Meter weit ausgeworfen. Gar nicht so wirklich weit. Und, ja. Montage und ähnliches hatte ich gerade gezeigt. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Fetten Einserhaken habe ich genommen. Thunfisch-Pellets. Auflösenden Krabbenboili. Thunfisch-Öl. Und dann hier die, das PVA, was tatsächlich funktioniert. Das ist ja immer das Allergeilste. Wenn es funktioniert, freut es natürlich. Und, ähm, und es bimmelt schon wieder die nächste hier. Alter. Abendstund, Alter. Und dann lübtert hier auf einmal. Ja, und dann kommen hier die dicken, fetten Marmors, ey. Und wie die sich wehren. Krasser Scheiß, ey. Also, wirklich. Ich bin echt überrascht, wie sehr die sich gerade... Wie sehr die sich gerade wehren. Und die haben gar nicht so viel Gewicht eigentlich. Die haben einfach nur Power. Das ist der krasse Scheiß, Alter. Guck mal hier. Elf Kilo. Elf Kilo Muskelmasse. Das ist nicht elf Kilo Speck. Das ist einfach pure Muskelmasse. Unnormal, ey. So, welche hatte ich denn jetzt? Das ist die Eins. Ne. Doch, das ist jetzt hier die Eins. Das ist die Zwei. Aha. So. Und dann ist hier jetzt die Drei. So. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Sind wir wieder on Tour, ey. Das ist aber was Lüttes, ne? Ja, zwei Kilo. Kommt auch mal mit. Also, Affengeil. Leute, ich würde sagen, sehtou, sehtou, sehtou. Gönnt euch die Marmorkarpfen. Montage ist ja jetzt bekannt. Übrigens, wenn ihr sowas alles noch nicht machen könnt, wenn ihr diese Haarmontage noch nicht habt oder sowas, einfach mal einen fetten Tauwurm probieren. Also großen Haken mit Tauwurm oder großer Haken mit Alge. Alge oder einfach auch Kartoffel oder Kohl. Genau. Auch einfach mal an der gleichen Stelle probieren. Das ist einfach ein uralter, immer wieder mal funktionierender Spot. Von daher testen. Auch mal mit diesen etwas unnormalen oder jetzt nicht gerade im Trend befindlichen Ködern. Vielleicht habt ihr hier auch die Chance, ein paar dicke Brocken rauszuziehen. Kann auch funktionieren. Muss nicht. Kann. Wenn dir das Video geholfen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, Alden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im Livestream auf Twitch oder im nächsten Video. Petri. Dann sehen wir uns .